Geil. 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 Fastpass. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll für... ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann! Yeah! Wer klaut die ganzen Katzen? Was soll das? Boah, ich kriege nicht mehr, ich schaffe so... das Besten. Instagram. Okay, aber... Okay, ich muss weiter. Runter, 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 runter. Ah ja, Hashtag Schwerte sind uncool, Hashtag LOL, Hashtag Arschlappen, Hashtag Style, Hashtag Zwecksstyle, Hashtag Wunderarsch, Hashtag Kunst der Cool, Hashtag Yolo, Hashtag Nais, Hashtag Kunst der Bild. Hashtag Wilden, Hashtag Folge mir, Hashtag Ich, Hashtag Nais, Hashtag Kunstler Cool, Hashtag Like for Like, Hashtag am Gewinn, Hashtag Heißer. Hashtag Heißer, Hashtag Kuzter Gut, Hashtag style. Hashtag Kuzter Gut, Hashtag, Hashtag Iよ. Hashtagisk mix my follow and Hashtag off of me too. Hashtag geil, Hashtagisch catch, Hashtag maintenance, Hashtag maximal Hazhtag loads, Hashtag loll. ist super was da eben nicht lebt aus vielleicht bei der hechte gelangen wird ich bin drüber weg die pechte truppen ziele der coolen freundlich der kunst der tägliche freundlich es gibt einen besseren es gibt keinen besseren partner ist der franchise plan egal im gegenseit zu jemand anderem das ist die gekauft habe du bist sowas von kind ich hätte er hat mich mit meinem post ich denke niemals haus erreicht der kunst der gewinn 20 likes war gefahren waren um die straße zum raisens wird von dummer lava blockiert aber die gasse an der hauptstraße ist frei ich schätze sie vermisst mich wirklich sehr mit meinen besten freunden den lexus ab das ist meine freundin ne es ist eigentlich ja genau jimmis freundin oder ne ne quatsch war das freundin ja aber hatte nicht jimmy auch mal was mit einer ich weiß nicht wie sie hieß auf jeden Fall hatte jimmy mit irgendeiner schnappe was ich weiß nicht mehr wie die hieß aber das war eigentlich die dicke schwarze da war das lexus keine ahnung da ist die ganze zeit im raisens ah ne raisens war ja genau das war doch die da wo die normalen wo die halt die mädels die jungen mädels drin sind aber es gibt auch immer so laden wo die schlamm waren gut das waren aber nicht lexus das waren nicht in raisens ja es gab noch so ein bordell da hatte jimmy glaube ich eine freundin dicke schwarze oh schon vier Sachen gemeistert äh euer kostüm äh nein nein genau ich muss ja meine intensität verschleiern farbe ändern nicht die sind die roten t 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 Ja, ist ja sogar noch besser. Okay. Interesse an einem Vertrag, gegen den dein aktueller aussieht wie Hundescheiße? Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Es ist gerade eine neue Lieferung gekommen, schau mal! Schallfäkalisator. Ah, das kann ich auch wieder an den Atemperk, okay. Weckas Kleber, aber mit E-Abfall. Nee. Es macht doch wahrscheinlich gar nix ein System-Hopper-Angebot. Danke für deinen Einkauf bei D-Mobile. Oh, liebend gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Alter, ich muss 30 Euro zusammen. Ich liebe es Leuten, zwei Jahresverträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Ich muss also quasi erstmal 30 Euro rausgeben, damit ich ein Selfie mit dem machen kann, alles klar. Mal später, wie ich's Geld hab. Ja. 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 Da war sie doch. Verdammt. Ah, da hinten. Oh Gott, vier schon wieder. Das krieg ich bestimmt nicht hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soll ich das noch wie wild? Ah, fuck. Keine Ahnung. Fuck. Es ist schon... Wann? Sie machen sich strafbar. Entfernen Sie sich vom Power-Wheel. Oh Gott. Sag Nein zu droben. Du bist tot. Wann? Sie haben fünf Sekunden. Sie machen sich strafbar. Entfernen Sie sich vom Power-Wheel. Also das kann man nicht irgendwie ausstricksen. Erinnerst du Daktari? Ich erinnere am coolsten fand ich Clarence. Ja, erinnerst? Erinnerst du? Erinnerst du Wonder Woman's unsichtbaren Jet? Oh, ja, ich erinner. Erinnerst du? Das ist das Raisins. Moskito muss da drin sein. Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken. Erinnerst du das Raisins. Hi, und willkommen, Raisins. Nur eine Person? Ja. Dann komm mal mit, Süßi. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Sorry, mir gefallen nur Brutalisten als Superhelden. Tut mir leid, ich folge nur Psychikern. Hier, Schnucki! Tut mir leid, ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Ich mache nur Selfies mit Assassinen. Da steht... Hier, Schnucki! Hier, Schnucki! Natürlich! Eins von unseren Raisins Girls kommt gleich! Ist der nicht total süß? Er verdrückt jedenfalls eine Menge Wings. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow! Ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Tja, schon mal was vom Zika-Virus gehört? Mach ein paar Wings, Süßi! Na, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig! Herr Schwinde, das sind meine Frauen! Welcher Superhelden bist du? Super, warte! Oh mein Gott! Die Mission! Meine Superhelden-Kollegen! Ich hab das komplett vergessen! Weg von mir, Verführerinnen! Moskito weiß genau, was ihr hier versucht! Äh, was soll das denn heißen? Die Raisins Girls sind Moskitos Kryptonit! Du musst mich hier rausholen! Okay, hier hast du die Rechnung! Haha! Von wem? Ihr wolltet mich verführen? Das zahle ich nicht! Du musst Rinkgeld geben, Wingskopf! Kampflos werden die uns nicht gehen lassen! Dann mal los! Oha! Oha! Ja, okay, wir könnten jetzt noch ein paar Leute austauschen. Hmmmm... Nee, aber ich mag die eigentlich Aufstimmungen. Gut, ich brauche auch eigentlich Jugendlichkeit für... Für Support, aber... Nee, komm, scheiße, ich lass die Aufstimmungen so. Es ist ein großer Fehler, sich mit coolen Friends anzulegen. Bestellt ihr Süßen! Nein! Willkommen im Team! Dich müssen wir komplett umstylen! Prügeln wir mit dem Moskito wieder Verstand ein! Wirklich, Jungs, die Wings sind echt gut! Lass meinen Schatz in Ruhe! Okay, was kann... Was für den Attacken zu erledigt? Könnt ihr eigentlich mehrere Fälle treffen? Ja, geil, dann mache ich das doch. Fist mich dann mal aus, wenn ich dran bin! Ach, wie früh! Oh, mein neuer! Okay, dann mache ich die mal fertig, die Schlampe. Cool and friends, für immer! Und jetzt mache ich die Schlampe fertig. Nein, ich weiß nicht, ich hab nix. Naja, was ist hier? Äh, gleich hier. Für'n gewöhnlichen Sterblichen bist du echt schnell! Ja, ich bin fast wie du. Ach du Scheiße! Ganz recht, ich bin eine Bitch! Alter, was für eine Bitch! Okay, äh, halt die Haut ab. Mach ich dann mal den hier. Versuch's doch, Fitbear! Wow, Shots feiert! Mach dir die verflickten Augen aus! Ich vermöbel dich wie meine Mama mal nennt Daddy, Schlucki! Alles okay, Supercrack? Klar, dir geht super! Shika im Bett! Oh, ihr seid so neidisch auf unser junges Glück! Na dann, Hals und Beinbruch! Okay. Ja! Spricht nichts gegen solide Prügel! Wow! Wollt ihr nach der Tracht Prügel-Raisins-Kalender kaufen? Ja! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Scheiße gelaufen, Neuer! Scheiße! Wollt ihr scheinen? Was darf denn sein? Okay, Wollt ihr scheinen? Ähm... Ja! Wieso, wieso er? Achso! Ich dachte schon, dass er jetzt das bekommt, weil er das Sprechzeug hier hat! Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt! Okay, was könnte er? War das? Okay, Lebensdrag... Oh mein Gott! Alles wird mehr! Ich sterbe! Oh ja! Dann mach ich doch das mal, ne? Okay, ich geb dir sowas von in die Fresse, ey! Oh shit! 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 Tourowski! Oh shit! Auchat meine Ouack! Mach ich! kommen sehen. Alles in Ordnung? Super. Oh, verdammt. Rechtschaffen. Ich bin dran. Wer hat hier eine Frachtbrügel bestellt? Du kotzt mich an. Achso, ich hätte doch. Ja, ich hätte doch. Egal. Ich habe hier gewonnen. Yeah. Los, das ist unsere Chance. Tja, so sind sie die Frauen. Vor allem nur das Geld von einem haben. Und wenn du ihnen das nicht gibst, drohen sie die Schläge an. Aber sie haben ihre gerechte Strafe bekommen. Und wie wir uns demnächst schlagen werden, seht ihr vielleicht in der nächsten Folge. So Leute, das war es mal wieder mit der heutigen Folge South Park. Falls sie euch gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder bewertet dieses Video. Ansonsten könnt ihr uns ja noch abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.